Ich nehme jetzt gerade 11 Minuten auf und ich fühle mich, ich habe einen Impuls von 790. Und damit willkommen zu einem neuen Video von Minecraft, Bad Wars. Ja, also, wir spielen mal wieder Bad Wars. Ich habe eigentlich schon seit Wochen, Schrägstrich Monaten, eine Folge rumliegen, die ich noch hätte hochladen müssen. Aber da gibt es noch ein paar Komplikationen, alias, ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, das Videomaterial meines Mitspielers, Mitspielers, ist das richtig? Ja, ist richtig, anzufragen. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal selber eine Folge auf, ne? Mein Skill ist zweitwas eingeschränkt, weil ich seit Monaten keinen Bad Wars mehr gespielt habe. Das stimmt nicht ganz, ich habe zwischendurch mal Bad Wars alleine gespielt, aber das ist so ein Thema für sich. Und wir werden schon wieder gerusht und habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich es hasse, Bad Wars zu spielen? Alter, geh doch weg, geh doch weg. Ich habe es doch, ich habe ihn so viel besser gehittet. Oh, Alter, du blödes... Oh, du kleiner... Hilfe. Jetzt muss ich wegen dem... Habe ich jetzt mein Bett verloren, wirklich wegen einer Sekunde. Das kannst du niemandem erzählen. Ich muss jetzt schnell einen Goldapfel essen, sonst wäre ich tot. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt am besten, ne? Equiptechnisch bin ich auf jeden Fall besser dran, Lebenstechnisch nicht. Ja, ähm, und Skilltechnisch auch nicht. Oh Mann, Bad Wars ist aber auch immer so viel Stress. Anstatt, dass es einfach mal einmal so alles klappt und funktioniert so wie es soll. Nö, die rushen uns immer direkt und dann töten die mich immer direkt und dann kommen sie immer zu mir nach Hause und schlagen mich. Ich wünsche mir manchmal so ein bisschen Bad Wars von 2014. Oh, du blödes... Ich habe gehört, dass er da ist, aber in dem Moment, wo ich mich umgedreht habe, war ich schon tot. Ja, jedenfalls wünsche ich mir eigentlich manchmal Bad Wars von 2014 zurück. So, gomme Bad Wars, wo jeder noch um die Mitte gekämpft hat und... Aber wenn man in der Mitte war, hat man nicht jedem sein Leben komplett zerstört und was weiß ich nicht alles. Oder du wurdest nicht gerusht, hat zumindest eine halbe Stunde gedauert, bis der erste überhaupt ein Bett abgebaut hatte. Mittlerweile ist es so, wenn ich eine Runde Bad Wars spiele, kriege ich danach Depressionen. Alter, ich höre doch schon wieder ein blödes... Du... Alter... Weißt du, geh dich einfach löschen. Wieso ist denn auch mein Skill so eingeschränkt? Hey, willkommen zur Runde Nummer 5 hier in der ersten Folge. Ich nehme ganze 4 Minuten auf und ich bereue es mittlerweile schon wieder. Ich lasse mir wahrscheinlich auch am Anfang immer zu viel Zeit. Ich will halt auf Nummer sicher gehen und dann schön mit Holz einbauen. Aber in der Zeit, wo ich Holz einbaue, sind meistens schon die ersten da. Deswegen soll ich das vielleicht mal überdenken, ob ich das vielleicht anders machen möchte. Aber ich verliere halt anders direkt. Deswegen, I don't know. Wobei, ich verliere das so oder so direkt, also egal. Hey, schaut mal, unser Nachbar baut auch ein. Was ein netter Typ. Am liebsten würde ich jetzt eine riesige Burg bauen um mein Bett rum. Aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen langweilig und asozial. Naja, wir finden schon einen Weg, was wir machen können. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Equipment. Danke dafür. Und dann können wir demnächst mal in die Mitte und uns um ein bisschen, besser gesagt, Diamanten holen. Das wäre am wichtigsten. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt rüber zu den Diamanten. Und wenn wir Glück haben, ist dann Weiß noch nicht daheim gewesen. Doch, Weiß kommt gerade heim. Jetzt geht Weiß wieder. Alles klar. Gut, Bro. Dann würde ich sagen, danke fürs Bett. Ich würde sagen, dein Bett ist weg. Er nimmt aber auch jetzt meins. Das ist natürlich jetzt frech. Damit hätte ich aber auch rechnen können, wenn ich ehrlich bin, dass mein Bett am Arsch ist, wenn ich sein Bett nehme. Hey, ich hätte vielleicht gucken... Achso, warte mal. Das ist Weiß. Das ist nicht Weiß. Das ist Gelb. Der hat das besseres Equipment als ich. Ich habe mich so sträuben, diese Folge zu schneiden. Ich sehe mich jetzt schon gar nicht dabei, weil ich gar keinen Bock habe, mich nochmal so beim Fehlen zuzusehen. Alter, wenn ich das schon wieder sehe, gell. Ich kriege doch so einen Krampf. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Ich will doch einfach nur mal entspannt spielen. Was ist das denn? Wer denkt sich diesen Scheiß denn aus? Lasst mich doch einfach bitte... Och, Mann. Ich wüsste, ich habe mir gedacht, ich baue jetzt so richtig übertrieben mein Bett ein. Aber nee. Weiß kommt natürlich zu Besuch. Hä, was war seine Aktion? Alter, wieso hittet mich denn auch jeder besser? Ich weiß nicht, was mit meinem Skill los ist. Ich spiele seit 10 Jahren kein Minecraft mehr, gefühlt. Alter, komm. Komm, bitte lass mich wenigstens jetzt gewinnen. Dankeschön. Wenigstens habe ich ihn gekillt noch. Meine Fresse. Die Frage ist, der wird jetzt wahrscheinlich direkt wieder herkommen, ne? Sonst hätte ich jetzt gewartet auf 12 Eisen. Bin wahrscheinlich nicht mal ganz voll geheilt. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Über mir. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Konikini. Konikini. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß, Konikini? Komm. Ich habe das... Warum? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich besser machen kann. Ich sollte Bad Wars vielleicht nicht mehr alleine aufnehmen, aber das kannst du ja niemanden erzählen. Ich kann ja nicht immer nur mit Mitspielern spielen, weil ich so scheiße bin. Ich meine, wenn ich öfter spielen würde, würde ich auch besser werden, ne? Aber das ist doch ein Thema für sich. Alter, es kann doch echt nicht sein, dass ich eine Sekunde in diesem Spiel drin bin und schon jemand drüber rusht. Wie kann denn diese blöden Leute? Geht euch doch alle einfach mal ein Hobby suchen. Also es ist doch so ein Opfer. Was ist denn dein Scheißproblem? Wieso müsst ihr denn solche Opfer sein? Airboy. Airboy. Hä? Was ist dein Problem? Und du verlierst auch noch im 1 gegen 1 gegen mich. Weißt du, schäme dich einfach. Schäme dich dafür, gegen mich im 1 zu 1... Ich verli... Ja. Okay. Ganz ruhig. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen toxisch. Naja, was will man tun? Hier, friss meinen Feuerball, du... What? What the fuck? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich fliegst du. Hä? Wie ist... Wahrscheinlich. Wirklich. Also, meine Güte. Was ist denn dein Scheißproblem? Geh weg. Ja, komm. Ja, komm. Wahrscheinlich killt die mich mit ihrem letzten Schlag auch noch. Ich sag's mal so, Leute. Die Folge... Ich nehme jetzt gerade 11 Minuten auf. Und ich fühle mich... Ich habe einen Impuls von 790. Und ich fühle mich, als würde ich gleich zu Banyo rüberlaufen und ihn persönlich ins Gesicht schlagen. Ich muss wirklich sagen... Wenn diese Runde jetzt genauso läuft wie die davor, dann wird es eine Rage-Crit-Folge. Dann Rage-Crit ich. Ich bin ganz ehrlich, ich Rage-Crit nochmal nie. Dann schon. Weil das ist jetzt wirklich langsam zu blöd. Du kannst mir nicht erzählen... Was ist denn euer Scheißproblem? Ich verstehe diese Leute nicht. Lasst mich doch einfach spielen. Ich weiß nicht, was ich euch getan habe. Es nervt mich so krass. Es nervt mich so krass. Hilfe. Oh, Mann, ey. Auf dieser Map kann man zum Glück angeblich nicht so sehr rushen. Zumindest sieht es so aus. So wie ich mich kenne. Rushen sie mich trotzdem. Ey, Leute, ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo ihr sagt, yo, damit könntest du auf jeden Fall nicht so häufig verlieren, bitte schreibt die in die Kommentare. Ich verstehe gar nicht, was ich so falsch mache. Ja, ich habe keinen Skill im Eins-gegen-Eins, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ich jedes Mal so krass am Versagen bin. Also wirklich, da muss ja irgendwas schieflaufen. Ich meine, bei mir läuft viel schief, aber ihr wisst, was ich meine. Also bitte, Tricks und was weiß ich alles, bitte mal schnell in die Kommentare ballern und mich aufklären, was mein Problem ist. Ey, wirklich, wirklich. Lass es einfach, nein, 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 nein. Mach es nicht. Mach es doch einfach nicht. Ich verstehe dich. Warum musst du das denn jetzt machen? Weißt du, wir könnten uns einfach, wir könnten eine Familie gründen, könnten glücklich werden, hier ein Haus bauen. Nein, nein, weißt du, du musst mich jetzt hier rushen, musst mich töten. Also, Alter, ich habe so keinen Bock mehr auf dich. Ich habe so keinen Bock mehr auf dich, du blöde Hoe. Du blöde Hoe. Na ja, wenn ich jetzt hier hochgebe, sterbe ich. Und immer ist es pink. Ey, weißt du, geh einfach weg. Geh doch einfach weg. Geh einfach weg. Ach ja, natürlich hast du TNT. Ja, und natürlich schaffst du es, mein Bett abzubauen. Also, ich habe doch keinen Bock mehr. Ich habe doch so keinen Bock mehr. Ich verstehe langsam, warum ich so wenig Bad Wars spiele, weil ich immer gleich gefühlt den Drang bekomme, jemanden zu schlagen, wenn ich das anfasse. Oh, da kommt der schon wieder. Ja, er kommt schon wieder. Weißt du, du kannst mich auch einfach in Ruhe lassen. Lass es doch einfach. Meine Fresse. Ich habe sieben Runden oder so in der Folge gespielt. Die Folge geht nicht mal 15 Minuten bei mir in der Aufnahme. Weißt du, ich wollte doch einfach nur eine schöne Runde Bad Wars aufnehmen, um mal wieder Bad Wars zu bringen. Und ich mache nichts anderes als Ragen. Das kannst du niemanden... Und jetzt gewinnt der auch noch. Nee, nee, ich sehe es nicht. Ich spiele nicht mehr... Nee, nee, ich spiele nicht mehr weiter. Alt F4, weg damit. Ganz ehrlich, da sehe ich mich nicht. Nee, ganz ehrlich, wer sich das ausgedacht hat, absoluten Schlag ins Gesicht. Wieso? Wieso ist... W 오. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020